23. Dezember 1946 Liebe Alice, üblicherweise beginnt man einen Dankesbriefjahr mit einem unbeholfenen Vergleich, in dem man etwas schreibt, einen so roten Schal habe ich noch nie bekommen, oder das ist das größte Pferd, das man mir jeweils zu Weihnachten geschickt hat. Aber deine Streichholzschachtel ist unvergleichlich, weil ich nämlich noch nie in meinem Leben eine Streichholzschachtel bekommen habe. Briefmarken, ja, Heftzwecken, ja, Bindfadenrollen, ja, ja, sogar beunruhigend oft. Aber eine Streichholzschachtel, noch nie. Und jetzt frage ich mich, warum man solche Schachteln nicht viel öfter verschenkt. Sie sind ganz bezaubernd, fein wie ein Zaunkönig. Und wie viel Einfallsreichtum, welche Kunstfertigkeit ein Mensch für ihre Konstruktion aufgebracht haben muss. Denn wären das gewöhnliche Schachteln mit Deckel, sie wären nicht halb so praktisch. Diese Schachtel aber ist besonders fein, bezaubernd und einfallsreich. Und die winzige Schublade lässt sich so leicht herausziehen und hineinschieben, als hätte Chippendale persönlich sie gefertigt. Doch am allerbesten gefällt mir an meiner Streichholzschachtel, dass sie leer ist. Oft habe ich mir vorgestellt, wie sehr ich mich über ein leeres Haus in Norwegen freuen würde. Was für ein Vergnügen es wäre, durch die nackten, nach Holz duftenden Zimmer zu spazieren. Wände, Böden, Decken, alles aus Holz, was ja im Grunde genommen die natürliche Behausung des Menschen ist, oder wenigstens die am besten geeignete. Und als ich deine Streichholzschachtel, die ja jetzt meine ist, geöffnet habe und diesen schönen, sauberen, herrlich duftenden, leeren, rechteckigen Raum sah, da war es so, als wäre mein Haus in Norwegen tatsächlich Wirklichkeit geworden. Dazu hat es noch die richtige Größe, um es in der Hand herumzutragen. Ich habe meine Fantasie sofort darin eingesperrt. Und dort sitzt sie noch und hört dem Wind in den Tannenzweigen zu. Und in ein paar Tagen werde ich die evangelische Glocke hören, die mich ruft, damit ich evangelische Hymnen singe, während die Frau vom Pastor in ihrer immergrünen Laube sitzt und geistesabwesen ihren Mann anstarrt und sich fragt, ob sie den Pfeffer in der Gänsefüllung auch nicht vergessen hat. Aber ich werde nicht hingehen, weil ich noch immer überglücklich in dem Haus sitzen werde, das mir Elise zu Weihnachten geschenkt hat. Ach, ich muss dir noch erzählen, dass ich mit meinem Buch fertig bin. Angefangen habe ich es 1941 und hundertmal fast aufgegeben. Aber jetzt ist es endlich fertig. Deshalb kann ich mich mit ungeteilter Aufmerksamkeit an meiner Streichholzschachtel erfreuen. PS Es gäbe über die Schachtel noch so viel zu sagen. Ich habe mich von meiner Freude über die Form und Beschaffenheit hinreißen lassen, dass ich darüber ganz vergessen habe, das Bild auf der Rückseite zu loben. Ein so bezauberndes Bild von einem Igel habe ich noch nie gesehen. Und der Vulkan im Hintergrund ist einfach fabelhaft.